Hi Leute, heute möchte ich euch Beweise schicken, dass Fladengift ist. Euch ist natürlich allen bewusst, dass Fladengift ist, aber das müssen wir ja am Park klar machen. Fladen ist Gift, ein Land. Es kann doch nicht sein, dass ein Land wie Afghanistan Fladen nicht in der Ernährungspyramide ist. Das muss doch Gründe haben. Wir sehen jetzt hier mal Beweisfotos. So, das ist PewDiePie, wenn er Fladen gegessen hat. Seht ihr diesen Unterschied? Diesen gewalteten... Dieser Unterschied, dieses Trüpfelchen. Das ist nicht mal unser PewDiePie. Das ist jemand anderes, Leute. Wir kommen zum nächsten Bild. Wer ist das? Das ist eben so ein Krantel, was weiß ich, Mann. Aber, Leute, wenn er Fladen gegessen hat, dann sieht er ganz anders aus. Guckt euch das an. Das sieht doch schon viel bedrohlicher aus. Also, Leute, das... Fladen ist Gift. Die Beauty Pie, er kotzt sogar schon den Fladen aus. Das ist nicht mehr wahr, Leute. Fladen ist Gift. Die Inder unter euch wissen es wahrscheinlich nicht. Aber wir Deutschen, wir wissen das. Wir... 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 Mir fällt dazu nichts mehr ein. Fladen ist Gift. Deinem ist Gift. 절대... sock Anda,